Asmund Roseborough Die Armen trieben sich dort herum, um ein paar Reste abzubekommen, und Roseborough fragte sich, ob er ihr Schicksal bald teilen würde. Doch dann sah er etwas. Etwas, das ihn erkennen ließ, dass sein Lebenswerk bislang bedeutungslos war. Und das ließ ihn lächeln. Roseboroughs Entdeckung hauchte Dunwall neues Leben ein und machte ihn reicher, als er es sich je erträumt hatte. Doch er ruhte nicht. Und als der junge Anton Sokolov mit einer radikalen neuen Idee zu ihm kam, musste er ihm einfach eine Chance geben. Sokolovs Ideen führten Dunwall in eine neue technologische Ära. Doch er kannte Roseborough, dass der Preis für den Fortschritt oftmals sehr hoch ist. Ehrgeiz ist etwas seltsames. Er kann die Menschen in höchste Höhen oder tiefste Tiefen führen. Und manchmal ist das ein und dasselbe. Diese Erkenntnis hat Roseborough teuer bezahlt. mag es Huwen Leute macht seine Chance. Deine Eintracht